Ob wunderschöne Selfies, sportliche Videos oder unterhaltsame Kochshows. Auf Instagram gibt RTL-Moderatorin Nazan Eckes ihren Fans hin und wieder private Einblicke in ihr aufregendes Leben. So auch mit ihrem neuesten Instagram-Post. Mit diesen Familienfotos aus Kindertagen und gemeinsamen Urlaubs-Selfies gratuliert die 44-Jährige ihrer geliebten Schwester Belgien zum Geburtstag und zeigt, damals wie heute stehen sich die hübschen Schwestern sehr nah. Das wird auch durch die warmen Worte deutlich, die das TV-Sternchen zu den gemeinsamen Schnappschüssen wählt. An die beste Schwester der Welt. Trotz ihres innigen Verhältnisses könnten die schönen Schwestern unterschiedlicher nicht sein. Während sich Nazan als TV-Moderatorin und Model für ein Leben in der Öffentlichkeit entschieden hat, hält sich ihre Schwester lieber im Hintergrund. Seit 2013 ist Geschäftsfrau Belgien mit ihrer eigenen Agentur BU Management für das Management ihrer erfolgreichen Schwester Nazan verantwortlich. Privat wie auch beruflich könnte es also nicht besser für die beiden laufen.